Die Industrie will dies und fordert das. Da frage ich mich schon, was bringt uns die Industrie überhaupt? Zwei von drei Arbeitsplätzen in Österreich. Die österreichische Industrie steht für direkt und indirekt und mit den verbundenen Sektoren 2,5 Millionen Arbeitsplätzen in Österreich. Und sie steht für eine Wertschöpfung von 165 Milliarden Euro. Das ist 56 Prozent der erbrachten Wertschöpfung in Österreich. Das ist bedeutend mehr als Tourismus und Landwirtschaft gemeinsam. Österreich ist also ein Industrieland.